Schule ist blöd. Aber sie sind voll okay. Ich mag sie. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer. In diesem Video geht es um unmotivierte, um schwierige, um störende Schülerinnen. Wie dass es einen Weg gibt, damit man diese viel besser erreichen kann, als vielleicht bis zuvor. Ich hatte am Anfang riesige Probleme, mit bestimmten Schülerinnen, wo ich heute denke, ein paar Jahre später, hätte ich doch das früher getan. Ich wäre bestimmt mit viel mehr Schülerinnen, die schwierig waren, viel besser klargekommen. Und in diesem kleinen Intro mit diesem Schüler oder dieser Schülerin, die sie kapuze auf hatte, das ist ein Zitat, das ich wirklich eins zu eins übernommen habe von jemand aus meiner Klasse. Die Person hat das tatsächlich so zu mir gesagt und es hat mich wirklich erstaunt und mir gezeigt, wie dass ich mich als Lehrperson weiterentwickelt habe in den letzten paar Jahren. haben. Also irgendwie habe ich einen Weg gefunden, damit das ganze Lehrpersonen-Schüler-Sein viel besser funktioniert. Bevor ich richtig beginne, möchte ich noch ganz kurz sagen, ich bedanke mich nochmal für das ganze Feedback, das ich immer wieder erhalte für diese Videos und ich möchte auch sagen, legt nicht immer alles auf die große Waage, was ich sage, sei es die Leute, die völlig mit mir überein sind oder die völlig Kritik äußern. Nicht alles, was ich sage, muss immer nur für alle Stimmen. Es gibt so viele Wege, wie man bestimmte Dinge lösen kann im Schulalltag und für die eine Person mag es das sein, für die andere Person mag es das sein und nur wenn ich es sage, heißt ja nicht, dass jeder alles genauso machen muss. Schlussendlich musst du deinen eigenen Weg finden und deinen eigenen Kopf einschalten. So und jetzt legen wir los. Es geht um Beziehung und zwar um Beziehung zu deinen Schülern und Schülerinnen aufzubauen, damit sie das Vertrauen in dich als Mensch und nicht nur als Lehrperson gewinnen, damit du sie für das, was du mit ihnen im Unterricht machen willst, gewinnen kannst. Und dazu möchte ich gleich Hetty zitieren und zwar hat Hetty hier herausgefunden, natürlich als Metastudie, also es ist ein Durchschnittswert, aber trotzdem ist es ein extrem hoher Wert und es zeigt sehr schön, wie das die Beziehung, was für einen großen Effekt das auf den Unterricht und auf den Erfolg von Schülerinnen einer Schule haben kann. Und zwar hat Hetty hier auf Seite 118 gezeigt als Durchschnittswert 0,72. Das ist deutlich über den gewünschten Wert. Der gewünschte Wert ist mindestens 0,04. Das ist so der Mittelwert, sagt er. Und der Durchschnitt ist 0,72 von Teacher-Student Relationships, also Lehrperson-Schüler-Beziehung. Das heißt 0,72 ist wirklich 0,32 im Schnitt über den gewünschten Wert. Das heißt, es gibt auch Werte, die noch viel höher als das sind. Jetzt möchte ich ganz kurz auf Englisch zitieren. Building relations with students implies agency, efficacy, respect by the teacher for what the child brings to class, from home, culture, peers, and allowing the experiences of the child to be recognized in the classroom. Further, developing relationships requires skill by the teacher, such as skills of listening, empathy, caring, and having positive regard for others. Das waren jetzt ziemlich viel englische Fachbegriffe und ich werde jetzt in diesen paar Schritten, die ich aufzeigen werde, auf diese einzelnen Dinge eingehen, wie du das dann direkt im Unterricht einsetzen kannst. Einerseits geht es einfach um eine gewisse Haltung, die man einnehmen muss, gewisse Werte, die man vertreten sollte und andererseits geht es um Kommunikationsmittel, wie dass man diese einsetzen kann, um die Schüler- und Schülerinnenbeziehung besser aufzubauen. Und schlussendlich sollte es dir auch eine gewisse Gelassenheit geben als Lehrperson, weil wenn du dich darum kümmerst, dass du deine Schülerin besser kennenlernst, wirst du sie auch viel besser verstehen, warum sie vielleicht so ständig stören oder unmotiviert sind und dann wirst du dich auch besser entspannen können und nicht die ganze Zeit denken, warum macht jetzt der nicht mit, warum macht sie nicht nur die ganze Zeit diesen Mist und so weiter. Also kannst du dich besser entspannen, weil du sie besser verstehst. So, das erste, was du tun musst, ist ein ehrliches und authentisches Interesse für möglichst alle Schülerinnen entwickeln. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel und ein Kollege von mir hat auch letztendlich gesagt, was? Du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass du dich für jeden Schüler irgendwie interessierst und natürlich, es ist sehr ambitioniert für jede Person ein Interesse zu entwickeln, aber du musst ja nicht gleich viel Interesse für jeden entwickeln. Ich möchte damit einfach nur sagen, jeder Mensch hat irgendetwas Interessantes an sich und du kannst, ich meine, du kannst Schülerin alles fragen. Familie, Freunde, Hobbys, Interessen im Leben und du wirst garantiert irgendetwas rausfinden, was du noch interessant findest. Etwas, das du nicht wusstest über diese Person. Also suche ein bisschen Zeitfenster, sei es in kleinen Pausen, vielleicht mal im Unterricht, wenn gerade die Klasse arbeitet, dann kannst du ein kurzes Einzelgespräch mit jemandem haben und fragen so, hey, was hast du am Wochenende gemacht oder wie geht es deinen Geschwistern, wie geht es deinen Eltern und was auch immer und stell einfach Fragen. Deine Schülerinnen werden automatisch anfangen zu sprechen, die einen mehr, die anderen weniger, aber du musst dich ein bisschen rantasten. Punkt Nummer zwei und das ist viel, viel schwieriger. Das ist zuzuhören ohne zu werten. Denn Schülerinnen werden Sachen sagen und Dinge tun, wo du denkst, hey, geht's noch? Aber wenn du dir überlegst, es steckt noch viel mehr dahinter, hinter diesem Verhalten, hinter diesen Worten und du dich dafür interessierst und mehr rausfindest über den Hintergrund von diesen Schülern, von Familie, Freunde und Peers, dann wirst du diese Person noch viel mehr verstehen. Und dann versuch nicht zu werten, denn wenn du wertest, dann werden sich die Menschen verschließen. Also wenn ein Schüler X sagt und du sagst, das kannst du doch nicht sagen, das kannst du doch nicht denken, dann wird sich diese Person verschließen und denken, okay, mit dieser Person spreche ich nicht mehr, weil die verurteilt mich sofort. Ich meine, das kennen wir alle von uns selbst. Wenn wir etwas sagen und jemand sagt, spinnst du oder was auch immer, dann ist unsere Reaktion auch, was, was willst du, dann wollen wir uns verteidigen und so weiter. Aber wenn du als Lehrperson lernst, deinen Schülern einfach zuzuhören ohne zu werten, dann werden sie merken, ah, er lässt es zu, okay, dann kann ich mehr erzählen. Dann kannst du als Lehrperson nachfragen. Wieso kommst du auf diesen Gedanken? Was hat dich dazu gebracht, diese Handlung zu tun? Erzählen sie etwas und dann fragst du nochmal nach so. Ja, aber weshalb? Warum? Was geht da vor? Was hast du dir dabei überlegt? Und so weiter. Versuch zuzuhören ohne zu werten und die Schülerinnen werden sich dir viel mehr öffnen. Der dritte Punkt ist gleich überschneidend mit dem vorigen Punkt. Und der ist, ask more, talk less. Also ask more, talk less. Frag mehr, sprich weniger. Wir Menschen tendieren dazu, viel zu viel reden zu wollen und Ratschläge zu geben und in Gesprächen einfach sofort deine eigene Meinung hingeben zu wollen. Aber wir Lehrpersonen, wir sprechen sowieso schon viel zu viel. Also wenn ein Schüler oder eine Schülerin endlich mal zu Wort kommt, gerade in einem Einsgespräch mit dir, dann lass die Person auch sprechen und stell mehr Fragen. Was geht dir durch den Kopf? Weshalb denkst du das? Wie kann ich dir dabei behilflich sein? Was ist wirklich wichtig für dich? Was willst du damit beabsichtigen? Und so weiter. Also stell Fragen, damit der Schüler oder die Schülerin zu Wort kommt und einem wirklich einfach zu sprechen kommt, als dass du nur Ratschläge gibst und deine Meinung sagst, außer du fragst nach, ob sie deinen Ratschlag wollen oder ob du sie irgendwie unterstützen kannst und sie sagen, doch, ich würde gerne ihre Meinung hören, dann kannst du es sagen. Aber stell mehr Fragen, als dass du die ganze Zeit nur sprichst. Der vierte Punkt ist auch relativ schwierig und das ist, wenn du siehst, dass schwierige, unmotivierte oder störende Schülerinnen plötzlich doch im Unterricht irgendetwas machen. Und dann musst du unbedingt diese, auch wenn es nur kleine sind, kleine Anstrengungen loben. Und zwar so loben, dass ganz klar betont wird, dass dieser Schüler oder diese Schülerin eine bestimmte Anstrengung auf sich genommen hat. Beim Loben ist es wichtig, nicht nur zu sagen, du bist gut oder das hast du gut gemacht, sondern versuchen zu sagen, was der Schüler oder die Schülerin genau getan hat, inwiefern, dass diese Person sich angestrengt hat, um ein gewisses Ziel zu erreichen, auch wenn es nur ein kleines war. Und wenn du das tust, werden die Schüler merken, dass du siehst, was sie Gutes tun. Denn störende Schülerinnen oder anstrengende, mühsame Schülerinnen, die tun meistens ja nur Dinge, die uns nerven quasi. Aber wenn du versuchst, ein Auge dafür zu entwickeln, was sie auch Gutes tun und sie auch ganz klar darauf hinweist, hey, da hast du dir richtig Mühe gegeben und das gemacht und dann hast du das erreicht, das ist super. Dann werden sie merken, er sieht mich. Er, er oder sie, sie, sie hat gesehen, was ich getan habe. Und yeah, cool, okay, dann mache ich vielleicht nochmal das ganz Kleine, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Und das kann wie ein Dominoeffekt sein und ein kleiner Stein bringt dann das Ganze in Bewegung, hoffentlich. So, Punkt Nummer 5 ist, teile deine Leidenschaften mit deinen Schülerinnen. Zeig, dass du deine Passionen im Leben hast. Zeig deine Interessen, zeig deine Hobbys. Klar, jeder muss seine eigene Grenze festlegen, aber zeig, dass du Spaß hast an dem, was du tust. Und suche dementsprechend auch natürlich im Unterricht die Schwerpunkte, damit du auch sehr motiviert bist. Und nutze auch zum Teil Gelegenheiten, um vielleicht mal von dir persönlich zu erzählen. Wenn du von einem Thema sprichst, das vielleicht gerade nicht direkt mit dem Unterricht zu tun hat, aber du interessierst dich so für dieses Thema und hast so Freude daran, du kannst sicher sein, dass diese Motivation auf deine Schülerinnen überschwappen wird. Und diese Schülerinnen werden nicht nur einfach eine Lehrperson vor sich sehen, die einfach deinen Lehrplan durchstühren muss, sondern jemand, der Freude am Leben hat und der seine Interessen hat und diese wirklich auslebt. Wir wissen das alle, Schule ist Schule, aber das Leben ist nicht immer nur, was die Schule uns beibringt. Und das wird die persönliche Beziehung mit deinen Schülerinnen umso mehr verstärken. Also teile deine Leidenschaften mit deinen Schülerinnen, so wie du es für angebracht hältst. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten und sechsten Punkt und das ist, deine persönliche Grenze festzulegen, wie stark, dass du diese Beziehung pflegen willst und bis wohin diese Beziehung geht und bis wohin nicht. Einerseits, weil du wirst trotzdem, auch wenn du an der Beziehung arbeitest, immer wieder Probleme mit den einen oder anderen Schülerinnen haben. Und dann wirst du vielleicht enttäuscht sein und es ein bisschen persönlich nehmen. Geschieht mir auch immer wieder und dann muss ich irgendwie wieder zu mir kommen und sagen, hey, irgendwo hört es dann auch auf. Ich gebe mir Mühe, aber blöd gesagt, man kann nicht alle retten. Und dazu gehört auch, dass wenn du mal anstrengende Situationen mit Schülerinnen hast, die dir einfach noch im Kopf drehen, gerade wenn du nach Hause gehst und es hört einfach nicht auf, dann musst du irgendwo sagen, da ist fertig, ich habe alles getan, was ich konnte. Vielleicht gucken wir morgen nochmal, wie es weitergeht, aber ich muss auch irgendwo mich erholen. Wenn ich nach Hause gehe, kann ich die ganze Nacht darüber nachdenken und keinen Schlaf finden. Okay, das war es für heute. Ich hoffe, ihr könnt mit irgendwelchen von diesen sechs Punkten etwas anfangen. Vielleicht könnt ihr alle benutzen, vielleicht nur zwei, drei. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass ihr die Schülerinnen erreicht, die ihr hofft zu erreichen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.